Okay, aufgepasst! Die Berufsfachschule Verkehrswegbauer ist in Suersee. Da werden fünf Berufe im Bereich Verkehrswegbau ausgebildet. Die Lehrlinge stärken hier ihren Kopf und ihre Muckis. Jetzt kommt's! Die Zeitschrift der Berufsfachschule hat einen neuen Look und einen neuen Namen. Baustellenmagazin, kurz B-Magazin. Nun zur großen Frage. Ist das B-Magazin cool oder informativ? Beides. Aber Achtung! 100% Zuchtpotenzial. Kein Wunder bei den Inhalten. Reportagen aus Job und Freizeit. Infos über die Ausbildung zu den Berufen, Lehrstellenangebote. Tipps von Lernenden und Fachleuten. Voller Einsatz auf allen Ebenen. Wichtige Adressen und Links werden gleich mitgeliefert. Die Verkehrswegbauer haben es. Bringen es. B-Magazin. Dein Magazin. Hol's dir.